Ja, heute gibt es was zu feiern, Bayerakon. Denn heute geht unser neuer Online-Shop ins Netz. 6, 5, 4, 3, 2, 1, yeah! Der neue Shop ist jetzt online. Wir freuen uns, wenn Sie ihn ausprobieren und Ihre Erfahrungen mit uns teilen. Sollten Sie technische Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unseren Support, damit wir die so schnell beheben können. Vielen Dank.